Es gibt immer so zwei Sachen, die müssen zusammenkommen. Zum einen muss man irgendwie eine Passion dafür haben, dieses Problem zu lösen. Irgend ein relevantes Problem, das einem selbst irgendwie begegnet ist und sagt, hey, so kann es nicht weitergehen, ich will genau hier was bewegen. Und das zweite ist halt, das bringt nichts, wenn du der Einzige bist, der dieses Problem hat. Das heißt, du musst irgendwie einen Pain-Point finden, den nicht nur du selbst hast, sondern der einen großen Markt hat. Der Inclusive sagt dann dazu, wenn du mit dem Ballificación wirst, Versonge sindirie Jericho, ich will natürlich nur die dirt, und sag fast diese Grunde ausübergueeien smashed zusammen types zu bringen. Als ob es meistens blood China aussieht, ist jetzt alles völlig gegenseitig für die Nähe des Wбыze Investors, dann Deus lasst zum 진행. Per alペ ... ... ...